wir sind ja schon teils echt gut dabei ja also heute ja das sowieso aber ich mein da freuen dort und ich uns auch schon tierisch drauf weil auf den server wir bisher drauf waren war das oft so wir haben uns aufgebaut wir sind echt blöd und machen ja nicht von der set-schütter an schon eher beziehungsweise jetzt bauen wir nie aber weil es halt unnötig ist aber wir machen keinen stress provozieren solange wir unsere unser loot nicht in sicherheit bringen kann wir reden keine leute solange wir keine base haben mit defense weil wozu sollen wir raiden dafür dass wir loot kriegen und die dann zurückkommen und sich den zurückholen das wollen wir nicht so deswegen bauen wir mal erst auf und das recht vernünftig so würde ich denken sagen schätzen also ich finde es bis jetzt auch sieht ziemlich gut aus bisschen durch strukturiert auf jeden fall nicht zu viel chaos und so weiter und die tourteile gut verteilt und wir haben auch schon erfahrungen gemacht und das problem war halt unsere defense kommen wir nie 100 prozent testen halt nicht gegen fähige gegner auf jeden fall weil die die uns angegriffen haben ja das war eher so dass die ein zweimal gestorben sind gleich abgehauen sind ein raid läuft ja eher so wenn du den gegner angreifst und der verteidigt gut dann sterbst du schon deine zehn zwanzig dreißig mal und dann ist es halt so du joinst im wett und kommst wieder dafür solltest du genug stuff mit haben und bisher haben wir noch keine fähigen angreifer gehabt beziehungsweise auf manchen server wurden wir nicht mal angegriffen wir haben dann halt randaliert und so weiter und ja ist nichts passiert haben keinen keine kein gegenangriff das ist schon langweilig weil du brauchst du deine base da brauchst du gar keine tools bauen hat sich direkt mit pvp außerhalb der also kannst du das head shuttle bauen und der kraft und leuter schießen und den loot kassieren das ist ja auch irgendwie doof deswegen wir freuen uns wenn wir bald mal angegriffen werden das wäre praktisch und witzig ich bin echt mal gespannt was es so ausmacht was die verteidigung ausfällt ja also was ich noch sagen muss noch so ist auf ne hose weil uns fehlen massig pillars uns fehlen auch massig pflanzen und massig tools habt ihr die pillars einfach noch nicht gesetzt weil da waren noch heute mittag oder waren noch einige irgendwo ja ich meine das messi waren gut viele und die glaube ich hat blot aber schon gesetzt wir sind jetzt auch wieder metall fahren und muss ich auf jeden fall noch einige fahren weil mir fehlen ja massig level ja du kannst kann nur eine kraften ach so ja wenn das darf ist keine ahnung muss er mit blot abschnacken er ist der baumeister mir ist egal und kraften gar kein problem also setzen kannst du ja dann selber ich schaffe nur stafran und kämpf nichts zu tun mag es nicht wenn blot sagt da ist ja gar kein metall bin ich immer traurig auch scheiße den hammer voll sein scheiß klick bot fuck ich muss jetzt aber lange lange so nach hause fliegen weil er auf gar ist das geht ja gerade noch so ach er ist doch da hat den klick bot ausgemacht was hört uns zu klick bot das ist so du lädst dir so eine exe datei runter und die öffnest du dann und dann fragt er dich wie viele klicks sollen gemacht werden und wo soll das klick maximum sein und bla bla wobei jetzt kann auch sein klick maximum erreicht sein 1000 klicks oder keine ahnung kannst du einstellen wie viel linke maustasten klicks er pro sekunde macht wenn du auf eine bestimmte taste drückst ich habe das bei mir auf dem bindestrich bindestrich gelegt wenn ich jetzt den bindestrich halt beschweren würde mit irgendwas dann könnte ich halt auch mal ein klo sitzen der unter dem quats hängen und auf klo gehen weil der schlägt die ganze zeit zu weil er dann die ganze zeit die linke maustaste spammt so kannst du auch deine fleisch fressenden dinos haben wir schnell das leben wieder hoch fielen weil sie force fielen das sagt dir was ja und wenn du die klick bot hast du markierst das fleisch hält die maus nur über remote use item und hier bei dem das ist das witzige an der stack mod dies haben wir op weil du hast hier ein tausender stack fleisch dann drück ich mir durch dann habe ich instant sofort 8000 leben wieder bei egal welchem dino also solange er fleisch frisst bei den pflanzenfressern geht das leider nicht das ist halt der klick bot der vorteil davon das nimmt man eigentlich so in die richtung dachte ich mir das schon so genau konnte ich mir nichts von da vorstellen du kannst halt die taste auswählen wie viele klicks er die sekunde macht wie lange er klickt wie viele klicks er insgesamt macht dann pro aktivierung ob du das die taste gedrückt hältst oder nur einmal drückst und dann spammt er tausendmal durch ja ist ganz krass eigentlich also ist oberheftig ist eigentlich schon fast zu doll also so gesehen ich nutze es natürlich weil ich weiß dass andere leute das wie sau nutzen 80 prozent der arg spieler nutzen das im endeffekt und ja ich denke mir so wenn die das nutzen muss ich das eigentlich auch nutzen um eine reelle chance zu haben weil die fliegen kurz mal weg mit dem dino force feeden den extrem doll und dann kommen sie wieder mit vollem leben und du das nicht machst ja da hast du einen übertrieben kleinen großen nachteil ja dann kannst du extrem schnell klicken ja du kannst extrem schnell klicken aber das nervt halt auch die klick gerade kriegst du nie im leben hin aus wie jetzt alle zwei wochen neue maus ja jeden tag weiß ich tausend flint haben wir geholt kann sich der frau morgen auslassen und dann machen wir wieder die drei probleme aber wie viel metall haben wir mitgenommen einiges ich tu jetzt schon was auch in die werkstatt rein aber ich mach weiter in die metallwerkstatt in die waffenfabrik schade dass er dumm gelandet ist ja du hast mich da abgeschmissen nee der ist hängen geblieben ich bin gerade davor noch einmal abgesprungen so ja weil ich sonst noch nicht fallschaden bekommen auf die höhe hätte ihm das nicht viel gemacht das war schon einiges ja ich habe dir nicht fallen lassen das ist der höchste punkt des tourtons gewesen ist so da bleiben die vier hängen an den eigenen strukturen oder allgemeinen strukturen weiß ich ja in der waffenfabrik ist schon wieder 7,5k fertiges metall laut falls du metall brauchst ich kann da gleich mal ein bisschen was rüber bringen wie kannst du das noch sagen dunkle osthaus hast du den angegriffen was den musst du nur zu dicht kommen dann wird er sauer die haben auch ein anderes fluchtverhalten jetzt irgendwie ja da haben die angegriffen haben die irgendwas verändert sowieso allgemein wenn du einen angegriffen hast damals das war so geil machst du alle im umkreis von keine ahnung zwei kräger oder sowas das ist jetzt immer noch so aber was nicht mehr so ist sobald du ein trend da reingehauen hast ja das habe ich bei den dings auch mitbekommen bei den anderen zwischen das war wenn du die einwand hittest dann hauen die ab das war am anfang nicht so am anfang sind die ewig lange schwimmen da kannst du richtig hier mit dem kreis immer schwimmen bei denen musst du die pfeile ja im bauch jagen der gornsten pfeil im kopf zu jagen oder auf dem rücken zu jagen da kannst du 10.000 pfeile reinhauen und dann werden die nicht befreit alter wie viel ist an dem scheiß an kilo drin ich laufe nur noch in dem 2,5k stacks ey das ist hammerverrückt ich muss unbedingt 500 kilo mehr gewicht haben soll er? ja der ist gut der war echt gut ja noch eine runde oder was? ja eine runde war ich noch mit das ist gut ich muss heute ein bisschen eher schlafen gehen ja ich müsste eigentlich auch bei meinem pennen gehen aber eigentlich ist ja auch wochen ne muss um halb drei muss ich doch babysitten oh dann bin ich zwei stunden also circa drei stunden weg ja kriegt aber 10er die stunden von dem her unterschachtelzigaretten ahnung ja eigene kinder mag ich ja gerne aber andere ach naja die sind jetzt sind sie drei und fünf oder sowas ja wenn die gut erzogen sind geht das ja naja wenn das aber so frechen kinder sind wo die eltern sagen wie heißt das noch die sind frech die sind sogar zu ihrer eigenen mutter frech ja dann aber mir ist das egal ich sitze vor die spielstation ich schaue auf die spielstation ich schaue auf die spielstation ja wenn das geht ja wenn das geht dann macht er das ja ich komm doch mir nicht zurecht wenn die kinder respektlos sind das kann ich gar nicht weil die kinder hassen mich sofort instant wie die pest weil ich das nicht akzeptiere da bin ich zu konsequent für ich kann das nicht ziehen wenn die so da ist die base gell? ja die sind aber offline rate protection ne ja ich fliege jetzt mal zum schnebium dann können wir da auch gleich ein bisschen öl mitnehmen wir brauchen mehr öl wegen generatoren wir haben soviele generatoren schon wieder echt? ja jeder tourturm hat nen generator ne ja da ist viele viele das ist ja auch dein dementsprechender spielverbrauch weil wir doch nicht alle paar tage mal nen haufen öl holen oder boah snack ne das ist wahrscheinlich neuer sektor betreten oder so keine ahnung wobei wir sind auch idioten ne wir hätten eigentlich auch erstmal mit dem toten kopf abfarmen können wegen obsidian aber egal jetzt sind wir hier ja obsidian sieht ja nicht so schlecht aus ja aber ne arm ist besser als brauchen ja achso ich wollte gerade sagen kann er doch mit einer anderen irgendwie machen aber das gibt es ja nicht mehr doch wir haben noch vier stücke insgerinn achso ok wow wow das ist krass viel angler geh hm hm ich war ein bisschen farmen hm 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 ja der ist verbessert der blaue ja gut ist der unten der kommt live 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 ja kann sie schlagen ja 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 ja